Gibt es einen Weg, das Steintor im Süden zu passieren? Hier, nehmt diesen Steinschlüssel. Er wird das Tor öffnen. Aber ich muss euch warnen. Es gibt einen Grund, warum das Tor verschlossen ist. Dahinter beginnt das Land der Tiermenschen und Ogre. Jetzt, wo ich mir das gerade anschaue, sieht es aus, als ob wir eine Swingermaske aufhaben. Fifty Shades of Grey. Schön, wir haben Magier dabei. Eismagier, die werden wir später... Und los. Mittleres Haupthaus der Menschen. Ey. Und natürlich erstmal in unsere Repertoire aufnehmen. Mentalist dieser einen kann, weil ich weiß gar nicht, was der so kann. Ist das so, ich glaube, die habe ich nie eingesetzt. Die weiße Hand ist gut. Die weiße Hand heilt nämlich unsere Leute. Das ist praktisch die Schmelze. Das sollten wir jetzt mal bauen. Du kannst das mittlere Haupthaus hier bauen. Dann können wir unsere Einheiten damit noch mehr erhöhen. Bereit. Folgt mir. Gehen wir erstmal zu den Tiermännchen, oder? Tiermännchen. Sofort. Moment, wie komme ich hierher? Ah, okay, dahin. Ich verstehe. Aber dann gehen wir erstmal zu dem hier. Sofort. Was hast du denn für mich? Ne? Ich würde mich gerne... Auch hat er stärkt. Bin schon mal nicht schlecht. Ablenkung. Nö. Ein Gold haben wir nicht. Was hast du hier? Haben wir schon... Eine Rinderzucht. Getreidefarm. Fischerzucht. Segemühle. Hätte ich gern alles. Was haben wir denn hier? 19... Ach, das konnte ich ja richtig. 72 Silber. Okay, das verkaufen wir erstmal. Dann würde ich sagen, Aria-Schrein haben wir schon. Rinderzucht geht uns. Getreidefarm haben wir nicht. Für Schützhofft haben wir glaube ich auch nicht. Und die Segemühle. 22 Silber. Seht ihr? Erstes Kupfer weg. Das wird bezahlt worden. Schön. Und ehrlich gesagt, das müsst ihr auch machen. Schnell. Dass die mal so verteilt leben müssen. Reden wir erstmal über die ganzen Heinzen hier. Das wäre das. Kann ich auch befehligen? Nö. Und das hat die was für uns. Bitte, Fremder. Lasst mich in meinem Schmerz allein. Viele unserer Verletzten werden sterben, wenn niemand nach Graufurt durchdringt. Die Waffen der Angreifer sind verseucht und giftig. Und nur Händlerin Waldis verfügt über die Wundtinktur, die unsere Verletzten vor dem Wundbrand bewahren kann. Okay. Auf nach Graufurt, sage ich da nur. Elends Segen. Das war wichtig. Ne? Ich habe sie... Ja. Das mit dem Abwählen, daran muss ich mich irgendwie noch gewöhnen. Ich würde sagen, wir kümmern uns dann erstmal um die Tiermenschen da unten. Jarras Feuer erleuchte euch, Mensch. Möge euch das Glückholder sein als mir. Ihr seid verletzt? Die Wunde eines Speers. Es wird viele Monde dauern, bis ich wieder einen Bogen halten kann. Verflucht seien diese Bestien. Sie werden die Tore der Heimstatt überrennen. Sprecht ihr von den Orks? Nein, von den Tiermenschen. Sie haben bereits ein befestigtes Lager im Südwesten errichtet. Sie dringen ständig weiter vor. Es war meine Aufgabe, unsere Grenzen dort zu schützen. Doch sie sind wie Kakerlaken. Für jeden, den ihr zertretet, kommen drei neue. Bitte findet sie. Ich werde euch fürstlich entlohnen. Okay. Das ist wiederum ein Problem. Prüster. Warum ist die Eismagierin im vorderen Kampf? Ich kapiere das nicht. Kein Wunder, die Elf hier verlieren. Das ist eine verdammte Eismagierin. Und ein paar Sachen. Sehen wir. Hilfe uns Elony. Und ihr alle. Abmarsch. So. Danach kümmere ich mich um die Tiermenschen. Okay, hier gibt es noch ein Liener. Ich habe aber nicht gebraucht. das ist für sich auch nicht da scheint irgendwas heiliges von dir zu sein ich würde sagen wir kümmern uns dann einfach mal die tiermenschen und kein verloren oder ok dann werden erst geheilt das ist gut da würde ich sagen gehen wir direkt runter befehl verstanden wenn die arbeit immer noch in den gebäuden was können die das magier mit roma und zwei einsterbzauber schock schädigt feinde deshalb habe ich nie eingesetzt hier noch ein kleriker rüter der fast 80 stupe 3 ich weiß die werden alle noch immer ein bisschen höher mit der zeit hoffentlich werden die auch geeilt hier dieser durchgang ist echt mickrig hier fällt mir gerade ein ich kann doch jetzt eigentlich wenn das haupthaus dann irgendwann steht was sehr lange dauert anscheinend weil ich so wenig leute dafür abgestellt habe dann kann ich doch mehr leute wenn man einen limit noch mehr erhöhen einsatzbereit steht in die kleriker habe ich meine das ist gut das essen bringt echt ist echt wichtig ohne es nach dem problem uns gut ist ja mit die getreide fahren das heißt wir haben später auch immer als menschen zugriff auf was ist das stufe drei aber jetzt aber die kümmer hat nicht ich darf jetzt weiter ok so sonnenlied wir machen die jetzt platt lasst den runenkrieger durch die göttern sei dank endlich kommt jemand zu unserer rettung was ist geschehen tiermenschen haben uns überfallen wir sind freihändler wir waren auf dem weg nach lianon plötzlich kamen diese bestien über uns sie haben alle verschleppt wisst ihr wohin man eure begleiter gebracht hat jenseits des steintores südlich von hier gibt es einen alten steinbruch dort haben sie meine gefährten eingeschlossen bitte ihr müsst sie befreien die bestien haben das tor verschlossen es muss eine möglichkeit geben es zu öffnen vielleicht kennen die elfen einen weg dies ist schließlich ihr land wer hält sie dort gefangen die tiermenschen haben uns an eine bande oga übergeben und sich dann über unsere ladung hergemacht die oga warfen uns in den alten steinbruch nur mir ist es bislang gelungen zu fliehen bitte öffnet das tor und sucht den steinbruch im süden erschlag die oga und befreit meine gefährten ihr seid unsere letzte hoffnung kann man machen öffne dich nie bin unterwegs erst mal die lage sondieren ah ja zum dunnenschild wir werden angegriffen claude sein leben wenn es nicht so geht ich glaube die kriegen wir kriegen den schaden selber wenn wir den angreifen da kann das ist nie das ist echt mies das ist ein sehr gemeiner zauber alles klar aber im nahkampf da nicht wir gegen den machen kann sind das die oga keulen oga steinbruch doch mal nicht schaden ach so das klagt okay und sehr schön die hauen wenigstens ab wenn sie schaden haben finde ich gut zeigen sie uns aber schon recht gut aber wir sind auch nicht auf einen konzentriert auf meinen befehl und herriger verloren schon mehrere verloren sichtbar sind stark aber das ding platte und dann machen wir die hässlichen tiermenschen hier kaputt schwacher tier mensch läufer schwacher tier mensch die schwachen tier menschen sehr schwachen tier menschen und läufer faszinierend keulen ogre ist ja nicht übel größe wie es scheint verdanken wir euch unsere rettung in unserer aller namen möchte ich euch von tiefstem herzen dank viel länger hätte ich es in diesem stinkenden loch auch nicht mehr ausgehalten man nennt mich schadierer ich und meine gefährten hier sind freihändler wir reisen durch alle herren länder kaufen und verkaufen wo sich die gelegenheit bietet mache ich auch wir waren mit einer lieferung nach lianon unterwegs doch ehe wir uns versahen waren wir ausgeraubt und eingekerkert die manieren in dieser gegend lassen doch sehr zu wünschen übrig und jetzt werdet ihr von uns ausgeraubt und vergewaltigt nein was für eine art lieferung hattet ihr bei euch zwei wagen voller feuerstahl von den haliten dazu noch feine roben und schmuck aus der hohen mark hätte uns den stattlichen batzen gold gebracht es ist ein jammer die ogre und bestien scheinen sichtlich gefallen an euren waren gefunden zu haben wie es scheint ist eure ladung mittlerweile über das halbe land verstreut sie schleppen die güter als trophäen mit sich herum ich möchte gar nicht wissen was sie mit unseren kostbarkeiten alles anstellen wenn er besser geht immer wieder in teller grad ich weiß nicht warum warum der umweg durch dieses land ich bin eine nerren ich war diejenige die jenka überredete eine fahrt durch dieses entlegene land zu unternehmen aber ihr werdet doch sicherlich gewusst haben dass man in diesen landen nicht mit geld sondern der waffe handelt natürlich doch meine hoffnung darauf ein wenig aria frost zu finden hat mich verblendet aria frost reinstes aria die tränen des wissens fließendes sternenlicht das heilige wasser der erde erstarrt zu vollendeten kristallen aria frost kommt nur an wenigen stellen der welt vor dort wo ihr gesicht noch ursprünglich ist es ist wunderschön man sagt selbst die drachen erfreuten sich an seinem glanz nun in diesem land ist das antlitz der welt in der tat sehr alt es mag sein dass sich hier tatsächlich noch aria frost finden lässt ja das hatte ich gehofft doch nun ist alles dahin muss ich gestehen habe ich nie gefunden folgt mir die fps zahl macht mir echt zu sorgen die springt von 60 zu 50 und wieder hoch und dann hängt das spiel glaube ich auch ein bisschen schwefelkopf 8 wieso ist jetzt auf 8 was soll der kack was ist hier los läuft da schon wieder irgendwas sinnloses im hintergrund plötzlich ich habe vorhin im programm beendet dass man wirklich es hat mein system so dermaßen ausgelassen obwohl das kein mensch braucht warum warum wird so was von windows eingebaut ich habe auch kurz vor dem programm gelesen was drin ist in windows was noch fünf prozent der leute als wichtig erachten und der rest findet es nutzlos beziehungsweise schädlich oder gefährlich warum sind solche sachen von windows eingebaut weiß ich glaube ich kann man verkaufen vielleicht bringt ja auch irgendwas egal was ist ich mache trotzdem alles klein entschuldigung wegen den geräuschen wen müsst ihr finden mein bruder wird sie alle tüten sie wird sie alle tüten er hat es von ihm seit des todes gelesen er muss Das Wesen besitzt einen Stein, eine Kugel aus Obsidian, summend, erfüllt mit unheiligem Leben. Dort hinein band er die Träume seiner Opfer. Bringt sie zu mir. Wenn ich den Stein studiere, finde ich vielleicht mehr über diese Kreaturen heraus. Findet Scharkner. Geht, beeilt euch. Folgt diesem Weg nach Westen, in die Berge. Und seht euch vor, er ist ein mächtiger Nekromant. Sehr mächtig. Nekromant bin ich auch. Warum seid ihr hier gefangen? Ich bin meinem Bruder Scharkner gefolgt. Ich wollte ihn aufhalten, bevor er wieder Fuß auf besiedeltes Land setzt. Aber diese primitiven Bestien haben mich wie ein Tier hier angekettet. Sie ahnen nicht, welche Gefahr in diesen Bergen auf sie lauert. Okay. Hat sich das jetzt beruhigt? Auf mein Kommando. Mir nach. Bereit für den Kampf. Alles klar. Sieht gut aus, obwohl es immer noch ein bisschen runter geht. Aber vielleicht hat sich das wirklich beruhigt. Das wäre schön. Ich setze die mal alle zusammen auf zwei. Wenn ich alle zusammen nehmen will. Ich mache mal die Tiermenschen noch kaputt und dann... Wenn ich hier fertig bin, würde ich sagen... Wenn ich hier fertig bin, würde ich sagen... In die Schlacht! Muss ich hier mal eine Aufnahmepause machen, weil es gefällt mir nicht, wie die FPS-Zeitung herunterspringt. Kratzer. Eine Pokémon-Attacke. Sie sind auf Feinde gestoßen. Vorsicht! Sie sind hier! Augen offen halten! Okay. Fürchterlicher Nekromant. Und los! Ich hole mir erst mal das Zeug hier. Ich weiß nicht, warum die FPS-Zeit so in den Keller gegangen ist wieder. Sollten wir ein bisschen... ...mehr Schutz suchen, finde ich. ...kriegen die beim Essen nicht? Sollte doch... Mal sehen, ob der Typ... Ich kann mich hier nicht mehr dran gewöhnen. Ich glaube eher, dass der Typ hier uns verarscht hat. Dass er uns einfach nur hier... ...halten wollte. Wow, Stufe 5. Ich hole mir gleich in die Hose. Ich bin Stufe 6 und ich habe ein paar Leute dabei. Okay, hab ich gesagt. Ja, mein Gott. Mein Knochengeist, das schön. Ich ziehe da dein Leben ab. Ich bin der beste Nekromant von uns beiden, obwohl du es sehr viel Schaden hast. Sind auf Feinde gestoßen. Der Traumdieb... Oh nein, der ist noch viel stärker als Level 6. Verstärkt die Verteidigung. Auf mein... Obwohl der Schaden sehr gut ist. Aber wir haben sehr viele Armbrustschützen dabei. Sind auf Feinde gestoßen. Gebt das Zeichen. Auf mein Zeichen. Verstärkt die Verteidigung. Sehr gut. Da hast du bei dir. So ein paar Obsidian. Kein Schmerz. Nee, der ist auch weg. Da wird auch nichts zu finden sein. Dann würde ich einfach mal sagen, wir hauen hier ab. Obwohl, jetzt hat es sich hier beruhigt. Vielleicht kann ich das noch fertig machen, soweit. Aber hier. Ich finde es echt komisch, dass die nicht alle abhauen. Der ja auch noch da. Okay, dann kann ich mal beim Händler danach reinschauen. Und vielleicht hat er wirklich was Gutes. Das wäre nicht schlecht. Besteht es eigentlich um euch. Wieso kriegen die kein Leben zurück? Das finde ich sehr kacke. Vor allem habt ihr ihn eine Heilerin. Ich sollte gleich mal gucken. Funktioniert. Hier kann man ein bisschen was erhöhen. Das ist sehr viel Leben. So, sprich mal mit ihm. Wo bin ich? Oh ja, ich bin das letzte auch noch. Der, der am meisten auszahlen kann, ist natürlich der letzte, so wie das logisch ist. Ich warte mal noch mit meinen Fähigkeiten, bis ich wirklich was habe, was ich brauche. Ich kenne euch. Ist dies der Obsidian? Das ist er. Dann habt ihr den Dämon bezwungen. Scharkner. Er möge in Frieden ruhen. Lasst uns hoffen, dass dies der letzte Traumdieb war, der von jenseits des Todes zu uns kam. Auf mein Kommando. Und los. Okay, würde ich sagen, wir reden noch mal mit dem. Wir steigen auch relativ gut auf, oder? Wie viele Punkte habe ich eigentlich noch? Fähigkeitspunkte und 15 Attributspunkte. Wir können auch einiges dann später machen. Wie gesagt, ich brauche mir das auf, falls ich es dann plötzlich für irgendeine Fähigkeit brauche. Und solange ich noch gut klarkomme, brauche ich es auch nicht einsetzen, oder? Kann ich mit dir reden? Hast du noch was für mich? Guten Tag. Nein. Hast du was für mich? Zauber, okay. Begiften? Nein. Ja. Getreidebau habe ich schon. Fischerzucht habe ich. Segelmüll habe ich auch schon. Auf mein Kommando. Schnell. Und los. Ich würde einfach mal sagen, dass wir demnächst mehr Arbeiter auch ausbilden könnten. Beziehungsweise, was haben wir denn? Ich glaube, es hat dann ein Aria-Schrein. Habe ich nicht noch ein paar Gebäude gehabt. Ah ja. Okay, die Sägemülle brauche ich jetzt nicht. Aber wir könnten die Rinderzucht bauen. Am Nahrungslager wäre das vielleicht nicht schlecht. Ja? Dann los. Verfügt über mich. Dann los. Könntet ihr eine Getreidefarm bauen? Jetzt braucht die. Sehr viel Platz, aber die wird bestimmt einiges einbringen. Bitte, helft mir, Freund. Eure Begleiter sind frei. Bei den Göttern, danke, Freund. Wir Freihändler sind kein reiches Volk. Ich hoffe, einer dieser Ringe hier wird euch als Entlohnung genügen. Das Band des Streiters wurde einst von den Rittern Nortandas in der Schlacht getragen. Es vermag, euren Waffenarm zu stärken. Der Ring des reinen Geistes war einst das Geschenk der talendischen Magiergilde an ihre Novizen. Er vermag, euren Geist zu stärken und eure Gedanken schneller fließen zu lassen. Der Ring der Verbundenen Wege wurde einst für die Paladine Tiaras gefertigt. Er stellt Geist und Körper. Ich nehme den zweiten. Ich wähle den Ring des reinen Geistes. Nehmt ihn. Er soll euch gute Dienste leisten. Ich dachte, ich kriege alle drei. Ich kriege das. Naja. Ich kriege den Gamari. Ich bin lieb. Ah ja, das ist unsere vier. Windigkeit und Intelligenz. Okay, da haben wir schon. Schwarze Magie. Nekromantie. Und was geht dafür weg? Ausdauer und Intelligenz. Die Gänz, Weisheit und Charisma. Ich spiele dich ab. Nehme den. Ich weiß, wir können unser ganzes Zeug noch verkaufen. Das werde ich eines Tages auch tun, aber nicht jetzt. Folgt mir.